Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, das ist deine Brut! Deine Brut! Deine Brut! Oh, Böckchen! Hurra! Hurra! Es ist da! Hurra! Es ist da! Hurra! Es ist da! Es ist Müller! Tschüss! Warte! Warte! Ah! Alter! Warte! Warte! Sag mal kurz! Jetzt kommt so ein Müllschlag! Warte! 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 Das ist mein Bedienungsanleitung. Das ist alles? Das ist mein Bedienungsanleitung. Das ist mein Bedienungsanleitung. Was hast du jetzt bekommen? Mini-Vibrator. Geil. Jetzt hast du beides. Jetzt kannst du den Vibrator nutzen und die Beine. Der passt bei mir bestimmt auch in Popo. Okay, ich nehme ihn nicht. Der ist noch original. Das ist eine Ohrstöpselverpackung. Das ist eine Arschu-Tablette. Das ist eine Ohrstöpselverpackung. Da kannst du deine Ohrstöpsel drin holen kann. Das ist vollmotorisiert. Aber ich war eigentlich zufrieden mit meiner Peitsche. Das ist mein Bedienungsanleitung. Das ist mein Bedienungsanleitung. Das ist mein Bedienungsanleitung. Ja. Was gehört, Kitty? Ela macht noch mal rein. Das ist mein Bedienungsanleitung. Nee, da nicht. Doch, der geht gleich die Ab. Pass auf. Telefon. Geht immer einer ran, das ist er! Mach dir mal ein Klingel schon! Geht immer einer ran zu werden! Da schminkt das Glas! Da kommt der nur noch! Boah, wie heißt das Ding? Ein Little Rocket oder was? Das sieht schon ekelig aus! Was hast du denn gekriegt in dir? Was hast du denn gekriegt in dir? Weißt du was das ist? Das ist ne Travel Pussy mit Kondom, damit die Pussy nicht schwanger wird! Das kenne ich! Das kenne ich! Nature Ribbit! Das ist ne Travel Pussy! Das ist deine Badekappe! Mitropa! Semmel hat ne Badekappe bekommen! Semmel, setz sie doch mal auf die Badekappe! Das geht! Tu es! Mitropa Badekappe! Kannst du die Pussy aufsetzen? Ist sie ruhig? Titi, ist sie klamm oder ist sie trocken? Alter! Was hast du für ein Schwengel, Junge? Das ist die Westfalenhalle-Gummi! Da muss dein Schwengel doch reinpassen, da ist doch das Gummi dabei! Ja, genau! Titi! Titi, sag mal her! Was soll das darstellen? Das geht nicht! Sag mal, da musst du auch... Es gibt ja immer das Problem, dass Alkohol schlecht für Sex ist! Wir müssen los! Wo ist meine Kamera? Wo ist meine Kamera? Stopp! Halt mal hoch! 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 Wir gehen jetzt gleich mal gucken.